Test, Test, also ihr könnt mich hören, ich kann mich hören, okay, ich kriege ein Handzeichen, also ihr könnt meine Stimme hören, wichtig für mich ist aber auch, dass ihr Gottesreden oder Gottesstimme hört und bevor ich in meine Predigt einsteige, möchte ich noch ganz kurz beten, dass Gott unser Herz einstimmt und dass wir auf Gottesreden heute, ja, Acht geben. Wir dürfen ruhig werden. Vater, ich danke dir, dass wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir dich, dann dürfen wir dich da hören und spüren und wir möchten heute als Gemeinde in die Bibel schauen und ich bitte dich, dass du jetzt unser Herz öffnest für dein Reden und dass du heute zu uns redest und dass du uns heute mit deiner Kraft stärkst. Amen. Ich möchte heute mit dir in deinen Alltag einsteigen. Vielleicht bist du auf der Flucht von deinem Alltag und du freust dich eigentlich, dass heute Sonntag ist, weil der Sonntag bei dir ein anderer Tagesablauf hat, weil du am Sonntag von Menschen umgeben bist, die du magst, mit denen du dich gerne unterhältst oder weil der Sonntag einfach dein Ruhetag ist. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, auch deinen Alltag zu lieben und Gefallen daran zu haben. Ja, die Überschrift von meiner Predigt heißt Gotteskraft im Alltag. Warum ist unser Alltag manchmal so eine Qual? Warum sehen wir uns manchmal so sehr nach einem Wochenende? Sind wir vielleicht ausgebrannt? Haben wir uns vielleicht zu viele Dinge vorgenommen, denen wir uns täglich stellen müssen? Haben wir vielleicht zu viele Baustellen, an denen wir gerade gleichzeitig arbeiten und es kommen gefühlt noch ständig Dinge oder vielleicht auch sogar Probleme dazu? Oder fehlt uns einfach die Energie, hier Durchhaltevermögen zu haben? Wisst ihr, bei mir war das eigentlich gar nicht mal so, dass ich einen stressigen Alltag hatte. Ich habe mir irgendwann mal grundsätzlich gar nicht mehr so viele Aufgaben und Punkte für meinen Tag vorgenommen. Mit kleinen Kindern, da kann man sich manchmal ganz schön viel vornehmen und am Ende des Tages ist man vielleicht frustriert, weil man zu nichts gekommen ist. Ich hatte das Gefühl, ich bewege mich auf der Stelle und komme nicht vorwärts. Und ich wüsste jetzt nicht, dass mir das Wochenende mehr helfen würde als mein Alltag. Dass ich am Wochenende mehr Kraft habe als in der Woche. Ich habe festgestellt, das liegt nicht an meinem Alltag oder an meinem Wochenende. Es ist etwas in mir. Und ich habe vor einiger Zeit ein paar Verse gelesen, die mir eine andere Bedeutung von meinem Alltag gegeben hat. Und ich möchte heute mit dir in diesen Bibeltext eintauchen. Und das ist Epheser 1. Eigentlich ist das ganze Kapitel richtig gut. Aber heute geht es primär um die Verse 17 bis 20. Epheser 1, 17 bis 20. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Manchmal vergesse ich in meinem Alltag, mit was für einem großen und gewaltigen Gott ich es zu tun habe, beziehungsweise wer mir eigentlich zur Seite steht. Ich habe hier aus dem Text drei Punkte rausgenommen und die ich dir heute Morgen weitergeben möchte. Und der erste Punkt heißt, Gott besser kennenlernen. Okay, ihr dürft mir folgen. Du denkst jetzt vielleicht, oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Mein Alltag ist so voll, das hat jetzt etwas mit Zeit, mit Investieren zu tun. Wie viel soll ich noch machen? Schreckt dich dieser Punkt vielleicht ab? Ich muss investieren, damit ich Gott besser kennenlerne? Dieses Muss, um etwas zu erreichen oder zu bekommen? Ich möchte dich einladen, diesen Gedanken anders zu sehen und zu verstehen. Ich habe ein Beispiel. Bei mir in der Familie, in unserer Ehe, bin ich für den ganzen Papierkram und für die Finanzen zuständig. Meine Frau kennt sich aber super gut in Steuern aus. Also setze ich mich doch jetzt nicht an die Steuerpapiere und fülle alles für die Steuererklärung aus, ohne sie zu fragen oder mit einzubeziehen. Das klingt doch irgendwie logisch. Ich könnte natürlich mit meinem Stolz und mit gewissen Fähigkeiten es alleine durchziehen. Aber warum soll ich mich in diesen Themen abstrampeln, wenn ich es doch einfach meiner Frau abgeben kann oder wir es gemeinsam machen? Für mich sagt dieser Bibeltext etwas Ähnliches aus. Was sagt der Text? Paulus betet darum, dass der in ihnen wohnende Heilige Geist. Hier sind die Ephesischen Christen gemeint, die wohlgemerkt Gott kannten. In den Versen davor lesen wir auch, dass sie im Dienst stehen und was für eine Liebe sie allen anderen entgegenbringen. Ich habe eine Auslegung gelesen, dass die Christen sehr stark fokussiert waren, Gottes Botschaft weiterzugeben, aber dass ihnen diese göttliche Erleuchtung durch den Heiligen Geist gefehlt hat. Paulus betet, dass ihre Vorstellung durch den Heiligen Geist klarer, mutiger und stärker machen möge und die göttliche Kraft, Liebe und Größe an ihnen noch mehr offenbart wäre oder noch mehr offenbare. Dass Gott ihnen einen Geist, der Weisheit und Offenbarung schenkt über ihn selbst. Und ich möchte hier an dieser Stelle ein paar Begriffe erklären. Offenbarung ist hier die Zueignung von Erkenntnissen gemeint. Und Weisheit die richtige Anwendung, diese Erkenntnis auf oder in unserem Leben anzuwenden. Und hier ist nicht die allgemeine Erkenntnis gemeint, sondern eine besondere Erkenntnis. Epignosis, ja das ist griechisch, damit sind Erfahrungen mit ihm, also mit Gott gemeint. Damit ihr ihn immer besser kennenlernt, dass ihr Erfahrungen gewinnt. Das Wort kennen hat für mich eine komplett neue Bedeutung. Ich habe das Buch, überrascht von Furcht, von Nata gelesen, wo er dieses Wort und die Bedeutung aus dem Griechischen erklärt. Kennen, so wie es hier genannt wird, heißt im Griechischen Epignosis, so wie wir es eben gehört haben, und heißt übersetzt tiefes oder tieferes Wissen. Hier ist eine verstärkte Form von Gnosis, also von dem normalen Wissen gemeint. Und durch diese Vorsilbe Epi, was tiefer oder tieferes Wissen gemeint ist, gibt, ja genau, was tiefer bedeutet, gibt diesem Text eine ganz andere Bedeutung zum einfachen Wort kennen oder wissen, wie wir es im europäischen Verständnis haben. Ich möchte uns den Unterschied aufzeigen. Gnosis, was als Kopfwissen verstanden werden kann, ist zum Beispiel, wenn wir ein Fachbuch lesen über Medizin oder ein Medikament, dann haben wir dieses Wissen von der Wirkung oder von einer Nebenwirkung uns im Kopf abgespeichert. Wir haben dieses Informationswissen gesammelt durch den Text und Epignosis ist gleich ein Erfahrungswissen, wo man etwas erlebt hat, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Es hat eine viel tiefere Bindung zur Beziehung. Dieses Wort Epignosis finden wir auch im Alten Testament an Stellen, wie zum Beispiel, ein Mann erkannte seine Frau und das Ergebnis war ein Baby. Im Urtext wird auch hier dieses Wort Epignosis verwendet, also Intimität, in dem Fall auch Geschlechtsverkehr. Hier leben zwei Menschen eine ganz enge Beziehung. Sie kennen den Ehepartner. Sie sind jeden Tag mit ihm verbunden. Sie verbringen den Alltag zusammen und wissen, wie der Partner tickt. Wie nah kann man einer Person sein? Näher als ein Ehepartner geht nicht. Epignosis ist Erfahrungswissen. Das ist der Unterschied zwischen Flüchtigem kennen und einem Ehepartner kennen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was will ich dir oder was will der Text dir heute sagen? Die Antwort ist, Gott will dir nahe kommen, ganz nahe in deinen Alltag. Nicht nur in einem Sonntag, wenn du hier auf einer Bank sitzt und dir Gottes Botschaft anhörst. Gott kennen heißt, mit Gott intim sein. Gott will in deinem Leben einen Platz haben. Nicht irgendeinen Platz. Er will dein Partner sein. Diese Nähe wie zu einem Ehepartner. Er will, dass du ihn kennst und weißt, mit wem du durchs Leben gehst und was er in der Lage ist zu tun. Und darum geht es in meinem nächsten Punkt, in Punkt 2. Gottes überwältigende Kraft. Was kostet dich am meisten Kraft? Sind es deine Alltagsbeschwerden? Sind es vielleicht die vielen Kleinigkeiten, die auf deiner To-Do-Liste stehen? Hast du vielleicht Probleme oder zu viel Stress auf der Arbeit? Ist es vielleicht eine materielle Sache? Ein Schaden vielleicht? Ist dein Auto vielleicht kaputt? Ist es die Politik, die alles in deinen Augen falsch macht? Oder ist es deine Gesundheit, die dir zu schaffen macht? Bist du es vielleicht selber, der dir im Weg steht und du ärgerst dich über dir selber? Und dir fehlt dieser Aufschwung, die Motivation, hier Stärke zu zeigen oder dir selber treu zu sein. Das kostet Kraft. Ja, die Bibel spricht hier von einer überwältigenden Kraft. Gott selbst, mit der er am Werk ist. Was steckt dahinter? Ich möchte kurz mit dir überlegen und ein paar Ideen sammeln, welche Herausforderungen oder welches die größte Kraft Gottes gewesen ist, die er gehabt haben könnte. Ich fange mal ganz vorne an. Gott schuf Himmel und Erde. Er schuf die Tiere und alles Leben auf der Erde und im Wasser. Er schuf den Menschen mit all seinen Denken und Fähigkeiten, sich zu entwickeln. Er schuf das Licht, andere Planeten. Er schuf das ganze Universum. Wenn wir weiter in die biblische Geschichte schauen, dann gibt es eine Sinnflut. Irgendwann später hat Gott dem Volk Israel geholfen, aus Ägypten zu kommen. Er hat das Rote Meer geteilt und das Volk Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer oder das gespaltene Meer hindurch marschieren. Vielleicht denken wir, dass eines dieser Ereignisse die größte Kraft Gottes gewesen ist. Doch nein. Das Neue Testament lehrt uns, dass bei der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus Christus die größte göttliche Kraft erforderlich war. Und ich möchte uns nochmal lesen, Vers 19, ein Vers und ein Satz bis zum 21. Vers. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Warum war hier so eine große Kraft erforderlich? Weil der Tod etwas Endgültiges ist. Es hat den Anschein, dass alle Mächte der Hölle aufgestanden sind, um Gottes Absichten zu verhindern, indem sie Christus im Grab halten wollten oder seine Himmelfahrt verhindern, sobald er auferstanden war. Doch Gott triumphiert über diesen und über jeden Widerstand. Die Auferstehung und die Christi Himmelfahrt war eine vernichtende Niederlage für Satan. Worte reichen nicht aus, diese Kraft zu beschreiben. Weil ich in meiner Dimension denke, unterschätze ich Gottes unendliche Kraft. Ich kann mich nicht mit Gott vergleichen. Ich muss einfach zugeben, dass ich oft an die Grenzen meiner Kraft komme. Und jetzt befinde ich mich mitten in meinem Alltag. Und hier kam mir der Gedanke, wann steht mir diese Kraft zur Verfügung? Gott hat mir gezeigt, was für eine überwältigende Kraft er hat. Und wir lesen auch, dass er mit dieser Kraft unter den Glaubenden am Werk ist. Nur wann habe ich was von dieser Kraft? Bezieht sich diese Kraft nur dann, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und lese, was er durch Mose, Josef, Simson oder David getan hat und am Werk war? Hey, und jetzt hör mir bitte zu. Wenn ich das nur lese, dann habe ich, wie vorhin erwähnt, nur dieses Kopfwissen. Es ist dieses Gnosis. Es ist nur dieses Wissen. Ich weiß, was für ein großer Gott in der Bibel existiert, aber ich habe keine Erfahrung mit ihm. Doch wenn ich mein Leben nach ihm ausrichte und ihn in meinem Alltag mit einbeziehe, dann lerne ich Gottes Größe, dann lerne ich Gott kennen, was er in der Lage ist, in meinem Leben zu tun. Die Arbeit, die ich verrichtet habe oder erledige, da hat Gott mir seine Kraft und seinen Segen gegeben. Vielleicht hast du diese Erfahrung bei deiner letzten Klausur oder bei einer deiner letzten Prüfungen erlebt. Vielleicht war es auch eine andere Tätigkeit in deinem Alltag. Du warst aufgebracht und aufgeregt, aber irgendwann hattest du so eine Ruhe und Frieden bekommen und du hast es vielleicht gar nicht gemerkt, aber du hattest auf einmal so eine antreibende Kraft. Es kann in der Küche gewesen sein, vielleicht bei einem Telefonat. Es kann in deinem Job gewesen sein, im Klassenzimmer oder auf einer Klassenfahrt, irgendwo unterwegs. Vielleicht bei einem Gespräch mit deiner Nachbarin. Gottes Kraft zeigt sich, indem er unser Handeln und unser Denken verändert. Wenn er aus einem Herzen voller Wut und Zorn, der in uns am Kochen ist, ein Herz der Vergebung und Liebe umwandelt. Wenn er seine heiligen Werte, wie zum Beispiel Geduld, Freude oder Frieden in uns sichtbar werden lässt. Wann oder wo hast du das letzte Mal Gottes Kraft in deinem Alltag erlebt? Oder denkst du dir gerade, ich habe Kraft. Meine Kraft reicht mir aus, um im Leben klar zu kommen. Dafür brauche ich nicht Jesus. Okay, in diesem Text in Fese 1 geht es auch noch um das Erbe. Und das ist noch viel, viel wichtiger als die Kraft Gottes im Alltag. Ich habe noch einen letzten, dritten Punkt und in diesem Punkt möchte ich diesen Gedanken, das Erbe etwas vertiefen. Ja, mein dritter Punkt heißt, hoffen auf das Erbe. Hast du in deinem Leben schon einmal etwas geerbt? Also ich rede jetzt nicht von einer Haushaltsauflösung, von deinem Nachbar oder von einem weiten Bekannten, wo die Wohnung ausgeräumt wird. Und jeder weit Verwandte oder aus der Familie darf da mal drüber gucken und darf gucken, was er vielleicht gebrauchen könnte von dem, was noch übrig geblieben ist. Nein, ich meine hier schon etwas Persönliches. Ein persönliches Erbe, was du von deinem Vater oder von deiner Mutter geerbt hast. Vielleicht denkt der eine oder andere, es gibt nicht viel zu erben. Viel oder nicht viel. Wer steht nach dem Tod der Eltern für das ganze Verwalten und für die ganze Erbangelegenheit zurück? Du, die Kinder, das Kind. Abschied zu nehmen ist schwer und genau dann wünscht man sich doch, dass vorher alles geklärt wurde. Am besten, dass ein Testament geschrieben ist, wo alles vorher definiert wurde. Für mich ist Epheser 1 quasi das Testament der Christen. Und ich möchte uns nochmal den Vers 18 vorlesen. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Gott öffnet uns die Augen. Das tut er durch den Heiligen Geist. Das hat nichts mit meiner Fähigkeit, mit meiner Intelligenz zu tun. Ob ich ein Master, Bachelor bin oder ob ich einer einfachen Tätigkeit hinterhergehe, die ich vielleicht noch nicht mal gelernt habe. Das spielt alles gar keine Rolle. Was hier von Bedeutung ist, ist dein Herz und ob Gott in deinem Herzen wohnt. Dieser Vers ist eigentlich der Schlüssel zu meinem Thema und verbindet alles. In diesem Vers geht es um ein empfangsbereites Herz. Um Gott zu kennen und Gottes Offenbarung zu erhalten, müssen wir ihn lieben. Das ist wie in meiner Ehe. Ich habe meiner Frau mein Herz und meine Liebe gegeben. Wir leben zusammen und wir erleben uns. Damit wir so eine harmonische Ehe führen können, musste ich er erst mein Herz geben. Und das will Gott auch. Ich gebe ihm mein Herz, indem ich mein Leben nach ihm ausrichte. Wisst ihr, manchmal müssen wir stehen bleiben und gucken und prüfen, ob meine Ausrichtung noch in Richtung Jesus geht. Ich richte mich nach ihm aus. Das ist oft leichter gesagt als getan. Ich stelle mein Ich hinten an und füge mich entsprechend nach seinem Plan. Das ist die Voraussetzung. Das ist das Fundament meiner Existenz. Und dann gehöre ich zu seinem Heiligen Volk, wie es in diesem Vers beschrieben wird. Dann gehöre ich zu dieser Familie. Dann ist Gott mein Vater und dann darf ich mich Kind Gottes nennen und darf auf dieses Erbe hoffen. Hoffen auf ein Erbe oder hoffen hat etwas mit der Zukunft zu tun. Paulus nennt hier die Hoffnung als göttliche Erkenntnis. Ich habe mir hier die Frage gestellt, weil mein Thema ja alltagsbezogen ist. Hat mein Alltag etwas mit meiner Zukunft zu tun? Praktiziere ich etwas, wovon ich in der Zukunft was habe? Und das ist der Gedanke, den Paulus hier im Epheserbrief rüberbringen möchte. Ewigkeitsbestand, das Erbe im Himmel. Wir sollen uns nicht länger von Erkenntnissen faszinieren lassen, die sich nur auf das Sichtbare und auf das Zeitliche bezieht, sondern von der alles übersteigende Herrlichkeit des Unsichtbaren und des Ewigen, dass das überstrahlt wird. Apostel Paulus möchte, dass der Gläubige eine tiefe und geistliche, durch Erfahrung gestützte Gotteserkenntnis hat, die er nur durch den Heiligen Geist erwerben kann. Paulus sein Gebet war immer den Bedürfnissen der Gemeinde angepasst. Er wusste, welches Gebet diese Gemeinde braucht. Wie geht es uns als Gemeinde? Ich wiederhole mich gerne nochmals. Wissen und kennen wir diese überwältigende große Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat? Nehmen wir diese Kraft in Anspruch? Wenn ja, dann heißt es im Vers 19, mit was für einer überwältigenden Kraft Gottes er unter den Neuwiedern am Werk ist. Dass wir als Gläubige unsere Berufung mit der Kraft Gottes in unserem Dienst, in unserem Alltag leben. Dieses Gebet von Apostel Paulus ist vielleicht genau heute für dich. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung und Zukunft Gott euch gegeben hat. Vielleicht möchte Gott dir heute die Augen deines Herzens öffnen. Ich möchte meine Predigt mit drei weiteren Versen abschließen, die meine drei Punkte nochmals umschreiben. Ich möchte vorlesen aus 1. Johannes 3. 1. Johannes 3 von 1 bis 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die Gott uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du in unserem alltäglichen Leben präsent sein möchtest. Vater, sehr oft liegt es an uns, was wir daraus machen. Vater, ich bitte dich, dass du einfach heute uns prüfst oder dass wir uns prüfen, wo und welchen Platz du in unserem Leben hast. Vater, du schenkst uns jeden Tag so eine große Kraft und trotzdem gehen wir an viele Dinge mit unserer eigenen Kraft dran. Und ich bitte dich, dass wir heute daraus gelernt haben und uns von dir leiten lassen, dass du unseren Alltag bestimmst und dass du uns mit deiner Kraft durch den Alltag führst. Vater, und wenn wir in die Zukunft schauen, dann schenkst du uns eine Zukunft, ein Erbe in der Ewigkeit. und auch das hast du heute zu uns gesprochen. Und ich bitte dich, dass wir uns heute prüfen, ob wir uns auf dieses Erbe freuen dürfen. Amen. Amen. Und dann sehen wir uns wieder.